Musik Die Blauen warten immer noch auf den zweiten Heimsieg seit August 2016. Wann, wenn nicht heute im Stadtderby, soll das Ganze geschafft werden? Aber die Gäste heute sind im Jahr 2017 bisher nur siegreich unterwegs gewesen. Nach dem Spiel in Offenbach wechselt Trainer Kaczmarek auf mehreren Positionen. Blank, Landeka, Kaffenberger und Badian stehen von Beginn an auf dem Platz für Weißenfels, Thermann und die gesperrten Schoscha und Melon. Rhein ins Spiel, dritte Minute. Das ist Badian mit Platz und Zug zum Tor gegen Bolten. Und da ist Schepernik, Blitzstoff für die Blauen. Lukas Schepernik mit seinem ersten Saisontor. In der Folge verlieren die Gäste immer mehr den Zugriff auf das Spiel, nähern sich nur selten kontrolliert dem Tor von Lukas Königshofer. Und auch bei den Standards passen die Blauen auf und können den Ball ohne Probleme klären. Und die Kickers zeigen auch das, was in den Spielen davor gefehlt hat. Kampf und Spielwitz, Landeka mit Platz, guter Schuss, Bolten ist auf dem Posten. Und dann einer der wenigen Torraumszenen der Gäste mit einem langen Ball, aber auch unser Schlussmann passt auf. Besonders stark bei den Blauen, die linke Seite mit Schepernik und Landeka. Landeka erläuft sich zuerst den Ball und dann zieht Schepernik in den Strafraum. Aber die VfB-Abwehr kann Badian noch am Torerfolg hindern. Weiter geht's mit Blau. Freistoß Landeka und Bektachi kommt dran. Ecke, Landeka und Abruscha stehen bereit. Abruscha macht's und da ist Badian, Traumtor. Und der Rückkehrer darf sich zu Recht über den sehenswerten Treffer freuen. Und eine Aktion gibt's da noch vor der Halbzeit. Flanke Landeka erstmal geklärt. Der Ball kommt zu Kapitän Abruscha. Starker Schuss, aber leider drüber. In der zweiten Hälfte kommen die Gäste dann besser ins Spiel. Zunächst aber die Blauen in Form von Badian. Aber seine Flanke kann geklärt werden. Und dann geht's schnell. Zunächst wird der Zweikampf zwischen Landeka und Walter nicht abgepfiffen. Und dann kommt der Ball zu Cessa. Und der hat jetzt Platz. Schneller Doppelpass mit Ramay. Keiner geht hin. Und dann ist der Ball im Tor. 1 zu 2 in der 55. Minute. Und jetzt drehen die Gäste auch auf. Das ist Elva. Aber Königshofer nimmt die Gefahr aus dem Ball. Die Blauen arbeiten jetzt weiter und kommen wieder besser ins Spiel. Das ist Schepanik. Das zweite Tor bleibt ihm aber verwehrt. Und dann auf der anderen Seite Glück für die Blauen. Der Freistoß von Rathgeb fliegt nur knapp am langen Pfosten vorbei. Und dann setzen die Blauen dem Spuk ein Ende. Der Ball kommt zu Landeka. Und der findet den eingewechselten Weißenfels. Und der schiebt ein zum 3 zu 1. Das ganze 17 Minuten vor Schluss. Das Spiel damit nun fast entschieden. Und viel passiert dann auch nicht mehr. Bis auf die Unstimmigkeit zwischen Königshofer und Badian nach diesem Freistoß. Das hat aber keine Folgen. Denn dann ist auch Schluss. Die Kickers gewinnen verdient im Stadtderby. Thomas, heute 3 zu 1 gewonnen gegen VfB 2. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Und ich weiß, es fühlt sich richtig gut an. Wie ist es bei dir? Ja, genauso. Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft. Ich freue mich unheimlich für den gesamten Verein. Weil, wie gesagt, wir jetzt ein paar schwierige Wochen hinter uns haben. Aber großes Kompliment an alle, an die Mannschaft, an das Präsidium. Wir haben die Ruhe bewahrt. Wir konnten in Ruhe arbeiten und in Ruhe vorbereiten. Und heute konnte dadurch diese Leistung ermöglicht werden. Hast du in dieser Trainingswoche was anderes gemacht, wie davor? Was hast du vielleicht besser gemacht? Wir haben diese Woche, ehrlich gesagt, gar nichts anders gemacht. Weil ich glaube an gute, konzentrierte Arbeit. Man muss auch ehrlich sagen, wir haben auch die Wochen davor gute Spiele gemacht. Wir waren sehr nah dran. Die beiden Heimspiele gegen Kassel und gegen Koblenz waren Spiele, wo wir 180 Minuten lang auf ein Tor gespielt haben. Und heute hatten wir auch das Glück, dass wir die erste Torschance reinmachen. Und Fußball ist manchmal, da geht es um Kleinigkeiten, um Details. Und heute haben wir uns das Glück, vielleicht noch ein Tick mehr erarbeitet. Aber es war in den letzten Spielen auch nicht immer alles schlecht. Einige Umstellungen heute in der Abwehr. Vor allem auf der linken Seite. Skabanik hat links vorne gespielt. Oder hinter der Josep Landeka. Ging wohl voll auf die Rechnung, aus unserer Sicht zumindest. Ja, aus meiner Sicht auch. Es ist eine gute Möglichkeit. Und ja, hat heute sehr gut funktioniert. Beide Spieler haben ein exzellentes Spiel gemacht. Vielen, vielen Dank, Lukas. Herzlichen Glückwunsch zum Derbysieg. Was sagst du so kurz nach dem Spiel? Ja, es ist natürlich ein überwältigendes Gefühl. Also vor allen Dingen, weil wir so lange nicht mehr zu Hause gewonnen haben. Und dann noch im Derby. Das gibt enorm viel Kraft für die nächsten Wochen. Und wenn man sieht, wie die Fans hier ausrasten nach so einem Sieg. Und ja, wenn man dann nach dem Schlussschiff zusammen mit den Fans da stehen kann in der Kurve und Derbysieger rufen kann, dann beflügelt einen das. Und man möchte dieses Gefühl am liebsten jede Woche haben. Und dafür werden wir alles geben, dass es jetzt auch in den nächsten Wochen so weitergeht. Deine Position heute war relativ offensiv. Hinter dir der Josep Landeka. Scheint dir wohl gut getan zu haben nach deinem Treffer heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum ersten Mal diese offensiv Rolle gespielt in der Saison. Allerdings bin ich auch ein gelernter Offensivspieler. Also ich habe früher auch da gespielt. Und ja, wir haben jetzt auch die Woche über zusammen auf einer Seite gespielt, der Joe und ich. Und ja, da haben wir vollstes Vertrauen zueinander, weil wir sind beide Spieler, die kicken wollen. Und ja, das hat sehr gut funktioniert und darauf können wir aufbauen. Machst du jetzt eine Kampfansage, dass wir die Tabelle von hinten aufrollen? Komm, hau mal einen raus. Kampfansage, ja. Wir werden alles geben bis zum Schluss. Wir wissen, dass es noch ein langer Weg ist. Aber wir glauben an unsere Stärke. Und ja, in den letzten Wochen hat es zwar nicht gereicht viel mehr teilweise, aber wenn wir so agieren wie heute und mit dem Feuer in das Spiel gehen und von Anfang an den Kampf annehmen, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir einiges imstande sind zu leisten. Und die Punkte werden wir nach Hause holen. Vielen, vielen Dank. Danke. Ciao. Danke.